Ich wurde aufgefordert, eine Videokamera zu besorgen, was ich dann auch getan habe. Und mit der sollte ich dann während einigen Tagen unterwegs sein im Zürcher Oberland. So habe ich mir den kleinen Kubota-Traktor genommen und einen Wohnanhänger hintendran und bin mit dem und der Kamera durch die Gegend gefahren, von einem Ort zum anderen, nirgendwo war es sicher, in Bezug auf dessen, dass dauernd Leute in Erscheinung traten oder treten, die die Filmaufnahmen stören und dergleichen. Und so landete ich dann schlussendlich nach fünf Tagen hin und herfahren, durch Wälder und Täler und Wiesen und weiß ich was alles, droben auf dem Bachtel an einer ganz abgelegenen Stelle, wo ein einzelner Fichtenbaum stand. Und da kam Quetzal mit seinem dreieinhalb Meter Schiff und parkte das vor dem Baum. Dann ist er rausgekommen, hat sich also rausgebeamt zu mir her, wo ich mit meinem Traktor und Wohnwagen und Kamera stand und so weiter. Und dann konnte ich die Aufnahmen machen. Aber leider, schon nach fünf Minuten, kamen wieder Leute dahergelaufen. Da war erst ein Düsenjäger der Schweizer Luftwaffe, der einen unheimlichen Radau gemacht hat, drüber weg am Kontaktort. Und dann, kurz danach, kamen Leute gelaufen und dann wurde natürlich alles wieder abgebrochen. Und das waren dann die letzten Aufnahmen, die ich überhaupt machen konnte, fotografische Aufnahmen genauso wie Videoaufnahmen. und seither hat es nichts mehr gegeben. Denn ich durfte nur Aufnahmen machen, wenn man mir das erlaubte. Und tat ich das aber anderweitig, ohne deren Erlaubnis, dann zerstörten sie mir die Filme oder die negative. Ich hatte eine ganze Anzahl Videofilme eingekauft und hatte die offen im Wohnwagen drin. Und als Quetzal mit seinem Schiff in die Nähe kam, wurden durch elektromagnetische Schwingungen die gesamten Filme zerstört. Dann musste ich erst wieder neue Filme einkaufen gehen. Und dann habe ich mir einen Kasten bauen lassen mit einem Bleimantel drum, hinter dem dann die Filme reingelegt wurden und die Videokamera steckte, damit die Schwingungen des Fluggerätes nicht wieder die Filme zerstören können. Grundsätzlich war es eigentlich so gemeint, dass ich eine ganze Filmkassette von 60 Minuten füllen könnte an verschiedenen Orten. Aber nachdem dann eben das passiert ist, dass selbst an diesem abgelegenen Ort wieder Leute aufgetaucht sind, haben sie dann alles endgültig abgebrochen. Und das ist das große Übel gewesen von Anfang an, wenn irgendwelche Kontakte stattgefunden haben, wo ich Fotos machen sollte oder Filme, war immer das Problem mit den Leuten, die gerannt kamen. Das ist Video und die anderen waren Film? Nein, 8mm, die erste. Du möchtest Film oder Video? Was ist die Unterschiede? Warum hast du das in Video gemacht, als dass in Film gemacht? Ich weiß nicht den Grund. Ich habe keine Idee. Die haben mir einfach gesagt, ich soll jetzt künftig eine Videokamera nehmen, statt eine 8mm Kamera. People of the world don't know about this video. Not many people have seen it. No, not many. Why, Billy? I don't know. I wasn't interested. Do you want the Mexican and the Latin people to see this video? Yes, of course. Why not? Because it has different information. Ich hatte einfach kein Interesse daran, noch weiter diese Dinge herauszugeben, nachdem so viel verfälscht wurde. This is the last? Ja. And you mentioned also that this ship, this being ship, was producing radiation. Ja. Then it's different from the others. The others didn't produce that or was not so dangerous at least. Eben, wenn ich von weiter weg aufgenommen hätte, hätte ich wahrscheinlich keine Störungen gehabt, aber weil ich eben so nah dran war, oder? Ja, ja. Klar. Mhm. We remember also the tree that disappeared after the beaching was going around and also probably this ship, the beaching produced some things to the plants and the trees too. Ja, das hat man mir gesagt, als Semjase beim ersten Baum drunten in Oberbaum, rund um den Baum kreiste, dass dieser Strahlungen aufgenommen hätte. Entweder? Aufgenommen habe. Und dass der Baum dadurch geschädigt worden sei. Und darum haben sie ihn dann eliminiert, weil die Strahlungen sehr stark gewesen seien und für Menschen hätten gefährlich werden können und für Tiere. Haufgingen haben die alles abgeschnitten gehabt. After he went with the American Film crew, after, you know, where he is photographed at all. But after this tree, all the trees were cut down. Ja, das wurde mit den Bauern teilweise auch von den Pleiadiern, Pleiaren gesteuert. Da hatten wir zum Beispiel eines Nachts in der Nähe von Hinwil so ein Erlebnis. Morgens um drei Uhr waren Kontakt. Zwei Uhr, drei Uhr um diese Zeit herum. Und dann, nachher bin ich dann runtergegangen, wo die Leute gewartet haben. Die haben dann Semjase wegfliegen sehen. Und dann sind wir zurückgegangen rauf, um zu sehen, was mit den Landesspuren ist, ob da etwas zum Fotografieren sei und so. Und da waren wirklich schöne Landesspuren im tiefen Gras drin. Und niemand hatte eine Fotokamera dabei. oder dann kein Britzlicht dabei. Und so sind wir nach Hause gegangen und in den ersten Morgenstunden, als der Tag graute, sind wir dann zurück zur Landessstelle und da war bereits der Bauer dort und hat alles flach gemäht. Und wie Semjase dann erzählte, hat sie das so arrangiert, den Bauern sehr früh morgens, als es noch dunkel war, aus den Fäden rauszuschmeißen und hinzugehen und das Gras abzumähen, damit keine Fotos gemacht werden können, weil es nicht erlaubt war, diese Landesspuren zu fotografieren. Gesehen haben sie aber die Zeugen, die sind ja noch raufgekommen vorher. Und das Verrückte dabei war, das war eine Waldlichtung, mitten im Wald drin, eine kleine Lichtung mit einer kleinen Wiese, die für sich von den Bauern gar nicht genutzt wird. Ich weiß jetzt noch nicht, wieso das ist gemein. Eben, er sagt, der Bauer weiß heute vermutlich noch nicht, warum der morgens früh in aller Frühe raus ist in der Dunkelheit und die Wiese abgemäht hat. Are these beam ships dangerous because of the emerging? No, no, no. Haben Sie je von Menschen gehört, die zum Beispiel so die Verbrennung wie beim Sonnenbrand oder irgendwas gehabt haben? Ja, habe ich gehört, aber ich weiß nicht, was da dran ist. Ich habe keine Ahnung. Die alten Schiffe, die Semiasi noch gehabt hat, da war es für Tiere, war es da etwas gefährlich, denn wenn die in die Schwingungen des Schiffes reingekommen sind, sind sie irgendwie konfus geworden. Was ist das? Ja, jetzt ist die Schwingungen. Das ist Rubin und Soizid vom Mars. Das sind Planeten auf den Plejaren. Das ist von Taiget, von der Plejade, das ist auch von Alchion, das ist Kupfer. Kapa. Kupfer? Ja. Ich sag's jetzt ein bisschen in Spanisch. Ich weiß nicht, was für Material das ist. Keine Ahnung, welches Material das ist. Das ist Zitrin. Sollte es wenigstens sein. Aus Vulkangebiet. Zitrin, jawohl. Riecht das? Nein. Ah, Rosenquark. Sieht aus wie Rosenquark. Und das da ist von Taiget, Rosenquark. Von der Venus, vermutlich Eisen. Ja, das hat alles Semiase gebracht. Und das da ist Quarz. Normaler Quarz. Von Venus? Und das da ist Schwefel, auch von der Venus. Kann ich mir vorstellen, was die Temperatur ist. Wunderbar. Die Materialien rausgezogen und dann werden sie in einem Arbeitsprozess, werden sie die Pflanzen raus. Hat jemand das mal im Labor und das in Lube genommen? Ja, das sind die Materialien, die in Amerika drüben untersucht wurden, von Doktor Vogel. Doktor Vogel, ja. Die kalte Fusion. Ja. Damit es nicht so zusammen wäre. Warte mal. Ja. Ja, ich habe die nur weil ich die im Grab gefunden habe von Immanuel. Das muss man sagen. Ich habe sie, weil sie sie in der Tumbe von Immanuel gefunden haben. Ja. Oh. Oh. Das ist total. Aha, das erste Stück schon verloren. Ja, das haben wir vielleicht. Also das stammt aus dem Dahl-Universum. Ja. Und das da ist auch noch reines Silber. Ja. Wird zu klein sein, oder? Ja. 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 Da ist noch eins runtergefallen. Da habe ich schon. Ja. Hier haben wir noch eine Legierung. Da ist Silber, Kupfer, Nickel und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. 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 Sprinter. Ja. 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 классisch. Ja. Das ist auch mal hier. Ja. Ja. Der Irvings. Das ist auch ein Mensch wie ihr. Hinter der Garage war die auf dem Parkplatz in einem kleinen Swinger angebracht. Oder eingesperrt. Und dann bin ich mit der Fotokamera, ich weiss nicht warum ich diese mitgenommen habe, bin ich im Grund auf der Strasse gelegen. Und dann haben wir natürlich das Stück Lehm rausgenommen und hart werden lassen als Erinnerung. Ja? Ja? Ja. 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 Ihr seid Nachbarn von Billy Meyer, was ist euer Eindruck von Billy Meyer? Also es gibt mal zwei Eindrücke. Der eine, das ist der Private. Als Mensch, so als Nachbar. Sehr nett, sehr liebenswürdig, sehr kooperativ. Dann der zweite Eindruck, was Sie wahrscheinlich hören wollen, wie das ist mit den UFOs. Also für mich geht das Leben einfach so weiter, ob es UFOs gibt oder nicht. Ich habe im Moment keine Zeit, um mich darum zu kümmern, ob es sie gibt oder nicht. Was halten Sie von seinen Begegnungen mit Ausserirdischen? Also, ich habe noch nie einen UFO gesehen. Und bekanntlich ist das so, was man nicht sieht, das glaubt man auch nicht unbedingt. Wobei, also ich persönlich, ich könnte das schon noch glauben, dass es UFOs gibt und Ausserirdische. Aber ich habe im Moment wirklich keine Zeit, um mich darum zu kümmern. Aber wenn ich mal Zeit hätte, dann würde ich ihn fragen. Und da er sehr ein netter Mann ist, würde ich ihm wahrscheinlich auch alles glauben, was er sagen würde. Haben Sie ihn irgendwann mal dabei erwischt, wie er mit einem Modell hier dann vorbeifährt oder irgendwas von der Art? Nein, gar nie. Können Sie das an einem Satz sagen? Ich frage mal, haben Sie ihn bei irgendeiner Manipulation erwischt? Ja. Und dann kommen Sie mit einer Antwort hin und zurück. Nein, ich habe ihn nie bei einer Manipulation erwischt, gar nicht. Ich habe nie gesehen, wie er irgendwelche Fotos gemacht hat, so manipulierte Fotos. Ich habe auch nie gesehen, wenn er richtige Fotos gemacht hat. Haben Sie mal beobachtet, wie er mit seinem Mofa hier vorbeifährt? Nein, mit dem Mofa habe ich ihn auch noch nie gesehen. Nein. Haben Sie irgendwann schon mal gesehen, dass er irgendein Modell oder irgendwas getragen hat? Nein, das habe ich auch noch nie gesehen. War nie. Herr Mörner, würden Sie den Ausführungen Ihrer Frau beistimmen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ihn auch noch nie gesehen mit irgendwelchen Modellen oder so. Ich habe ihn allerdings schon einmal mit dem Mofa gesehen. Das ist jetzt aber schon vielleicht zwei, drei Jahre her. Aber Mofa gefahren ist er auch schon, das habe ich gesehen. Wie denkt man im Dorf über ihn? Im Dorf? Ja, im Dorf hat sich die Stimmung ein bisschen gelegt. Am Anfang war man natürlich sehr gespannt, was da jetzt passiert, wenn der Billy Meyer hier mit den Ufos ist. Aber da in den letzten Jahren nie jemand eines gesehen hat, wartet man einfach ab. Und als Nachbar ist er ein angenehmer Mensch. Man hat nichts, man kann nichts Negatives sagen. Also wir haben immer nur gute Erfahrungen gemacht. Und so ist das auch mit den Nachbarn und den Menschen da dringend herum. Warum? Nach Ihrem persönlichen Gefühl, glauben Sie, dass Billy Meyer die Wahrheit sagt, was seine Konzept ist? Es geht mir so ungefähr wie meiner Frau. Ich habe mir noch nie so grundlegende Gedanken gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass das so ist. Ich könnte das aber nicht verfechten. Also, wenn Sie fragen, ob er die Wahrheit sagt, dann möchte ich einfach sagen, alles, was er bis jetzt zu mir gesagt hat, das ist immer die Wahrheit gewesen. Vor 20 Jahren? Vor 20 Jahren? Mindestens 20 Jahren, ja. Also vor 20 Jahren war das, wenn Sie jetzt... Was war denn da? Erzähl nochmal. Also vor 20 Jahren, da lebte da drüben eine ganz alte Frau. Das heisst das Tante Annelie. Und die musste morgens um 4 Uhr auf die Toilette gehen. Und andern Tag kam sie hier in das Restaurant und sprach zu meiner Schwiegermutter, das glaubst du nicht, ich habe heute Nacht vier Ufos gesehen am Himmel. Und gleichzeitig fuhr da ein anderer Mann nach Hause, ein junger Mann, kam nach Hause morgens um 4 Uhr und der sprach das dann auch, ich habe vier Ufos gesehen am Himmel. Gell? Ja. So war das. Gleichzeitig. Und da war der Herr Meyer schon hier? Da war der Herr Meyer hier. Ganz kurz schon hier, ja. Ja. Und das war etwa auch in der Gegend, wo er wohnt? Ja, das war gerade hier rüber im Haus. Haben die das gesehen? Das sind alles Leute, die das nicht glauben, aber die haben das gesehen. Die haben dann einfach gedacht, ja das war... Also mit der Zeit haben sie gedacht, ja das war mal was und vorbei. Denken nicht mehr dran. Klar. Ja. Ja. Da haben schon einige Leute hingehört und überlegt, hoppla, vielleicht hatte Herr Meyer doch Kontakt. Ja. Genau, so war das. Das war natürlich eine Sensation dazumals, vor 20 Jahren. Ja. Und das haben die Leute auch mit Herrn Meyer in Kontakt? Ja. Weil Herr Meyer war damals noch nicht so kontaktfreudig. Also vielleicht die Leute um Herrn Meyer herum, Herr Meyer vielleicht schon, aber er war frisch hier oben. Man hatte noch ein bisschen Hemmungen, das zu sagen, Herr Meyer. Aber das war also schon so. Man hat das dann im Dorf herumgesprochen. Schön geblüht und früchte getragen. Ha. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Das muss man ohne Wackeln. Etwas schwierig, mein Job. Etwas schwierig. Ist da ein Anti-Wackel drin? Ja, ja. Aber... Und äh... Hier beim selben Baum hat jemand eine Kugel rausgeholt, wo man auf mich geschossen hat, ist die Kugel hier im Baum drin stecken geblieben. Ist das selbe Baum? Das ist der selbe Baum. Und sieht das Anschlussloch noch hier drin. Wo? Das ist gerade hier. Oh, direkt daneben. Ah ja. Und da neben mir drauf. Okay. Ja. Wenn das auch ein Steckchen geben, dann auch ein Geruch. Das ist ja die Kirsteinbe. Ja. 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 Äh... Ja. Nein. Es ist praktisch das Ebenbild von dieser amerikanischen Künstlerin. Der einzige Unterschied, der gewesen ist, dass die Haare so hell waren, aber da habe ich gedacht, das kommt durch die Schiffstrahlung, weil ich ja verschiedene Fotos hatte, die durch die Schiffstrahlung beeinträchtigt waren. Ja, das Gesicht, das ist identisch. Gefäße ist identisch. Warum ist das geschehen? So wie mir der PTA gesagt hat, ist der Fotograf, der diese Bilder entwickelte, den Film entwickelte und die Bilder entwickelte, ist er durch die Men in Black unter Druck gesetzt worden. Und der hat auch noch andere Filmteile von mir verfälscht. Ich habe teilweise von ihm überhaupt keine Originale, sondern nur noch Kopien von Kopien von Kopien zurück erhalten. Die Originale sind verschwunden und die Dinge, die ich zurück erhalten habe, die sind unter anderem auch nicht mehr den Originalen entsprechend gewesen, sondern vergrössert oder übervergrössert gewesen. Und so wie man mir von TAS Seite her erklärte, stand der Mann unter schwerem psychischen Druck durch die Black Men, die ihn gezwungen haben, diese Dinge zu tun. Und die ihm auch Material geliefert haben, um diese Fotos zu fälschen. Genau wie andere Fotos mit Schiffen gefälscht wurden, wo an den Originalorten durch nachgebaute Modelle, die dann an Fäden aufgehängt wurden, wieder die Originaleinstellung gemacht wurde und das abermals auf Film gewandt wurde. So dass also eben Bilder entstanden, die den Originalen sehr gleich sehen, jedoch dann Aufhängefäden haben und so. Wer sind die Männer im Black? Ja, wer die eigentlich sind, das wissen wir nicht genau und darüber soll ich einfach noch nicht reden, weil wir es noch nicht genau wissen. Es sind zwei verschiedene Gruppen. Eine Gruppe, die soll von Amerika aus, wie sagt man, operieren. Und die soll irgendwie mit dem Geheimdienst und Staat, mit Regierung, Militär und so weiter zusammenhängen. Und die anderen, das ist eine spezielle Gruppe, die mit diesen wiederum nichts zu tun hat. Und diejenigen, die mich jetzt all die Jahre beharkt haben, die dazu beigetragen haben, dass das falsche Filmmaterial und Fotomaterial hergestellt wurde, die haben nichts zu tun mit dieser amerikanischen Gruppe. Moment. Und eben diese zweite Gruppe, von der man noch nichts genaues Weisses existieren, einfach Vermutungen. Und diese Gruppe, die ist nicht irdischen Ursprungs. So viel kann ich schon sagen. Und die haben Möglichkeiten, um irgendwelche Dinge zu tun, die unseren Erdenmenschen, also sagen wir mal den Blackmen von Amerika drüben, die von der Regierung und CIA und so weiter gesteuert werden, viel größere Möglichkeiten, als die jemals haben werden. Und waren das die einzigen Bilder, die sich verändern? Ähm, waren das die, nein, die Aske-Donera-Bilder waren nicht die einzigen, die ausgesucht wurden? Nein, nein, das sind dutzendweise Bilder gefälscht worden. So wie der da gesagt hat, sind von einer einzigen Serie, die ich gemacht habe, etwa 120 Bilder verfälscht wurden. Von welcher Serie? Von der Serie, die ich gemacht habe, als ich auf der grossen Reise war. 120 oder 130 Bilder sind da verfälscht worden. Wie viel hast du gemacht? Von denen habe ich etwa um die 350 habe ich gemacht. Aber das meiste davon, das ist verschwunden. Das ist einfach nicht mehr in Erscheinung getreten, habe ich nie mehr zurück erhalten. Und von den anderen sind etwa 120 oder 130 verfälscht worden. Aber ich kann nicht sagen, welche das sind. Beinhaltet das auch die Aufnahme von dem Dimensionentor? Das Dimensionentor, das weiß ich nicht. Aber so wie es ausschaut, so wie ich das in Erinnerung habe, ist es das Dimensionentor gewesen. Auf dem Foto. Und hat nichts mit diesem O'Neill Bild zu tun, das da irgendwo in Amerika aufgekommen ist. Durch einen Maler namens O'Neill oder wie er geheißen hat. Und bei welchen Bildern, bei welchen Fotografien bist du dir denn hundertprozentig sicher, das sind die Originalfotografien wie von dir gemacht? Das kann ich nur sagen bei denen, die ich hier habe. Die wir heute im Album drin haben. Die sind hundertprozentig nicht verfälscht? Die sind hundertprozentig nicht verfälscht. In den Asket und Nera Bildern. Die haben wir drin gelassen. Die deklarieren wir jetzt eben einfach als DoppelgängerInnen von Asket und Nera. So die Hasenbüllserie zum Beispiel ist vollkommen authentisch? Die ist authentisch, die ist in Ordnung. Genauso wie die von der Sedeleck hinten, was eben noch heute vorhanden ist. Von all diesen 72 Fotos, die existiert haben. Existieren noch 10 oder 15. Könnte man nachzählen, wie viele das wirklich sind. Und andere sind gesamte Serien, sind verschwunden. Wo ich überhaupt kein Negativ, kein Dia, kein Film, kein Foto und überhaupt nichts mehr habe. Und von da, wo wir heute gewesen sind, in Frech drunten, da habe ich nur noch Kopien von Kopien und wiederum Kopien von Kopien. Und was drunten ist, in Balm bei Wetzikon genau dasselbe. Und was noch gute Fotos sind, wo wir heute waren, da im Berg Rumlikon an beiden Orten. Also von einem Ort gibt es ja nur den Film. Da existieren überhaupt keine Fotos mehr. Von da oben, wo wir auf die Strasse mit den Autos geguckt haben. Da sind sämtliche Fotos sind da verschwunden und sämtliche negative. Das waren auch drei oder vier Filme. Und da ist nur noch das, was jetzt auf dem 8mm Film war. Von wie vielen Fotos hast du überhaupt noch Original-Negative? Vermutlich nur noch mit dem Tortenschiff. Von keinem der früheren mehr? Nein. Frau Begröse, wer hat die Original-Negative? Ja, das weiß ich auch nicht, wo die sind, Michael. Das sind zwei Männer gewesen, die die Sache in Verwahrung und Verwaltung hatten. Und die dafür besorgt sein sollten, dass auch wieder Papierbilder hergestellt wurden. und so weiter und so fort. Und da sind die Originale verschwunden. Nennen wir mal drei Fotos, UFO-Fotos, die ihr aus der Serie herausgenommen habt, weil sie verfälscht waren und die vorher veröffentlicht wurden. Nur damit man weiß, was man nicht mehr veröffentlichen kann. Da könnte ich dir nicht sagen, welche Nummern das waren, aber ich kann dir zum Beispiel ein Bild zeigen, das verfälscht wurde. Habe ich dir übrigens schon mal gezeigt, das ich von München erhalten habe, wo man einen Faden durchgemacht hat. Kann ich nochmals holen. Bei Korf habe ich mal gesehen, da ist mal jemand gekommen mit einem Buch in den 80er Jahren. Das war ein A4-Format. Und da hat er Fotos drin gehabt oder Zeichnungen drin gehabt mit Schnüren, die senkrecht vom Schiff nach oben gegangen sind. Und oben ist dann ein Ballon gewesen, der das Ganze gehalten hat und solche Scherze. Die Filme sind aber unverfälscht. Die Filme sind eben leider auch nicht unverfälscht. Da hat man auch manipuliert dran. Da hat man zum Beispiel an einer Kopie, die ich nach Amerika rübergegeben habe, hat man auch Fäden reingezeichnet. Aber in der Version, die wir nun momentan haben, die Ewald von Haaren Version. Ja, da denke ich, da wird vermutlich nichts dran sein. Aber ich weiß es nicht genau. Kannst du das Bild mal in die Kamera haben? Ja. Etwas höher. Ja. Etwas tieher. Ja. Ähm. Vom Winkel hier etwas mehr. Ja. Soll ich, glaube ich behalten? Ja, ne, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Gut. Okay. Und ich zoome da mal rein. Ja. Wann wurde dir klar oder bekannt, dass dann dein Material manipuliert wurde? Ah, das haben wir schon sehr früh festgestellt. Schon zu Beginn des Jahres, oder Ende des Jahres 1975, haben wir die ersten Fälschungen gesehen. Mit welchem Material? Ja. Ja. Mit Schiffen. Welche Fotos? Welche Fotos? Das weiß ich nicht mehr, welche Fotos das waren. Ich weiß nur aus welchen Serien Fälschungen aufgetaucht sind. Zum Beispiel unten von Winkelried bei Wetzikon drunten. Da oben, wo wir heute waren in der Sedaleck und von Berg Rumlikon an beiden Orten. Alles Bilder, wo neue Negative hergestellt wurden, sind davon. Die also nicht mehr den Originalbildern entsprochen haben. Wir haben bisher immer alles unbeschadet überstanden. Diejenigen, die sich mit der Sache wirklich befasst haben und ehrlich der Sache nachgegangen sind, die stehen durchwegs auf unserer Seite. Zumal der Fall ja auch nicht auf Fotos passiert, sondern auf Autoszeugen. Ja. Genau. Und eben das Interessante ist, je mehr Antipropaganda von gewissen Seiten gemacht worden ist, umso mehr Zulauf und Erfolg hatten wir. Das ist das Interessante. Und darum denke ich auch, dass das uns nie geschadet hat und nicht schadet. Da können sie manipulieren, so viel sie wollen. Es gibt ja ein altes Sprichwort. Die Wahrheit bringt es an den Tagen. Nichts bleibt im Licht verborgen. Willst du zeigen, dass der Fall real ist, oder ist es dir egal? Nein, das ist mir ganz egal. Da schere ich mich überhaupt nicht drum. I don't care. Warum? Kein Bedürfnis. Und wie gesagt, die Wahrheit bringt es an den Tag. Es ist zwangsläufig, dass eines Tages die Wahrheit siegen wird. Was soll ich mich da so drum scheren und mich aufregen deswegen oder mir Gedanken machen deswegen? Zur Frage der Beweise. Die Frage der Beweise respektive der springende Punkt, wie die Wahrheit erarbeitet werden soll, und darauf hinaus, dass der Mensch aus sich selbst heraus die Wahrheit ergründen und erarbeiten muss. Das ist nicht nur meine Ansicht, sondern auch die der Pleiaren. Eine andere Wahrheit, die schafft sich jeder Mensch selbst, wenn er Dinge von außen sieht, zum Beispiel Fotos oder irgendwelche Materialien, die können immer trügerisch sein. Es ist auch nicht alles manipulierbar. Das Einzige, was nicht manipulierbar ist, das ist die Wahrheit, die aus sich selbst entsteht, die im Menschen selbst erarbeitet werden muss. Also, in Bezug auf die Wahrheitserarbeitung geht es darauf hinaus, dass die Wahrheit stets nur im Menschen selbst entstehen kann. Er muss sie also in sich selbst und aus sich selbst heraus erarbeiten. Die Dinge, die äußerlich sind, wie Fotos oder Materialien oder Gegenstände und so weiter und so fort, die können immer täuschend sein, die können manipuliert, die können verfälscht werden. Jedoch die im Menschen erarbeitete Wahrheit, die kann nicht verfälscht werden. Ist das der Grund, warum keine hundertprozentig eindeutigen Beweise geliefert werden, sondern es immer den Menschen selber überlassen wird, darauf aufmerksam zu werden? Die grundlegende Ansicht der Pleiadier Pleiaren ist auch meine Ansicht, dass alle Materialien, die man sehen kann oder fühlen kann, immer falsch sein können, sie können verfälscht sein, sie können gefälscht werden und so weiter und so fort. Das ist mal das eine. Und aus dem heraus resultiert das andere, dass der Mensch selbst denken soll und selbst die Wahrheit ergründen soll, aus sich selbst heraus, durch all das, was er durch seine Gedanken, durch seine Ideen und äußere Beweise oder Scheinbeweise und so weiter und so fort zusammentragen kann, um aus dem heraus die wirkliche Wahrheit zu ergründen. Was verstehst du unter Scheinbeweise? Scheinbeweise können zum Beispiel falsche Gedanken sein, falsche Gefühle sein und so weiter oder irgendwelche Dinge, die von Menschen manipuliert und hergestellt werden, um eine Wahrheit vorzutäuschen. Kann es auch sein, dass die Pleiadier nur zu einem bestimmten Grad Beweise erlauben, Fotos erlauben, der noch immer etwas offen lässt? Ja, das ist ja auch der Grund, warum es heute heisst, sie liefern keine neuen Beweise. Man hat genügend Beweise gegeben zu Anfang der Kontaktzeiten und diese sind beanstandet worden. Sie wurden als Fälschungen beschimpft und so weiter und so fort. Und die Pleiadier Pleiaren sind der Ansicht, dass wenn man heute wiederum solche Beweise oder noch bessere Beweise schaffen würde, dass wieder genau dasselbe geschehe. Aber die Frage ging auch darauf hinaus, alle Beweise, die wir haben, Fotografien, Filme, Metallproben und so weiter und so fort, können ja auch angezweifelt werden. Was nicht angezweifelt werden kann, wäre zum Beispiel eine UFO-Landung vor Hunderten von unbeteiligten Augenzeugen. Aber findet eben gerade das nicht statt, werden einem eben gerade nur diese kleinen Hinweise geliefert, damit es irgendwo noch den Menschen selber überlassen bleibt, die Wahrheit zu finden und zu akzeptieren, als dass man überwältigt wird von irgendetwas. Richtig, das Prinzip ist das, dass der Mensch die Wahrheit selbst ergründen und selbst erarbeiten muss und selbst erkennen und akzeptieren muss, ohne dass ihm irgendwelche Dinge einfach wie zum Frass sozusagen hingeschmissen werden und er das nur noch in sich hineinfuttern muss, ohne etwas dabei zu lernen. Der Mensch kann nur die Wahrheit wirklich akzeptieren, wenn er daraus auch die Wahrheit, die wirkliche Wahrheit lernt. Wenn ihm aber irgendwelche Dinge einfach hingeworfen werden, dann konsumiert er diese einfach, aber er lernt nichts damit. Das ist genau dasselbe, wie wenn, sagen wir mal, neun Schulklassen zu durchlaufen sind, von der ersten, zweiten, dritten bis zur neunten Klasse. Und da kommt jetzt einfach irgendjemand und sagt, ja wir machen jetzt einfach das Examen bei der neunten Klasse, die anderen acht Klassen kannst du ausfallen lassen, dann lernt er überhaupt nichts. Werden darum auch kontaminierte Beweise einfach zugelassen? Zum Beispiel, wie die Fotos von Askedonera, dass der Mensch nach wie vor mit einem kritischen Verstand daran geht und eben nicht einfach alles konsumiert. Richtig, es gibt solches Material rund um die Welt und die sind ausschliesslich dazu da, damit der Mensch eben über diese Dinge nachdenkt, damit er die Wahrheit ergründet, diese wirklich erkennt und gemäss der Wahrheit dann auch alles akzeptiert und handhabt. Was ist die Wahrheit? Ja, das ist ein weitläufiger Begriff im Grunde genommen, weil jeder Mensch eine eigene Wahrheit in sich schafft, ohne dass er jedoch die wirkliche Wahrheit erkennt. Die wirkliche Wahrheit, die liegt in der Logik des Schöpferischen, in der Logik des Natürlichen. Was ist die Logik des Natürlichen? Die Logik des Natürlichen ist das, was man als gesamtumfänglich Funktionierendes betrachten kann. Etwas, das nicht gesamtumfänglich funktioniert, ist auch nicht logisch, das ist immer fehlerhaft. Das heißt, es kann hier, es kann dort, es kann an einem anderen Ort irgendwo ein Fehler auftreten, der wieder das ganze Konzept über den Haufen wirft. Während bei der wirklichen Wahrheit alles dermassen logisch aufgebaut ist, dass alles ineinander greift und es keine Unlogik mehr darin gibt. Kann man die wirkliche Wahrheit auch in Menschenwerk finden? Die wirkliche Wahrheit kann man auch in Menschenwerken finden, in Schriften und so weiter. Oder zum Beispiel auch in Skulpturen oder in Maschinen, die hergestellt werden. Denn die funktionieren ja wirklich und die sind ja derart gestaltet, dass sie logisch sind und in einem gewissen Grad auch von einer Perfektion gesprochen werden kann. Und eben, was die logische Wahrheit ist, die findet nicht einfach irgendwo ein Ende, sondern die logische Wahrheit, die greift immer weiter, die geht immer weiter, sie führt praktisch ins Unendliche. Ist eine Wahrheit gefunden, dann häuft sich das nächste an, das sich wieder zur Wahrheit bildet, das heisst, die nächste Wahrheit wird wieder erarbeitet und kommt wieder zur Vorgehenden hinzu. Und so geht es unendlich immer weiter, denn eben den Weg der Evolution, der darin besteht oder die Evolution darin besteht, dass sie unendlich immer weiter geht und sich immer weiter vervollkommnet, jedoch niemals eine Vollkommenheit erreicht. Die Vollkommenheit ist immer nur relativ gegeben nach dem, was momentan an der gesamten logischen Wahrheit gegeben ist. Und die Wahrheit, die der Menschschaft, also die individuelle Wahrheit, die nichts mit der logischen Wahrheit zu tun hat, sondern eben nur mit der persönlichen Wahrheit, die wird eben erschaffen und dann ist sie so und geht nicht mehr weiter. Sie stoppt also? Die Frage der Beweise, respektiv der springende Punkt, wie die Wahrheit erarbeitet werden soll, geht darauf hinaus, dass der Mensch aus sich selbst heraus die Wahrheit ergründen und erarbeiten muss. Das ist nicht nur meine Ansicht, sondern auch die der Plejagier. Eine andere Wahrheit, die schafft sich jeder Mensch selbst, wenn er Dinge von außen sieht, zum Beispiel Fotos oder irgendwelche Materialien, die können immer trügerisch sein. Es ist auch nicht alles manipulierbar. Das Einzige, was nicht manipulierbar ist, das ist die Wahrheit, die aus sich selbst entsteht, die im Menschen selbst erarbeitet werden muss. Das Er sagt, dass die Wahrheit, die nur reale Wahrheit ist, ist die Wahrheit, die man sich selbst befindet. Salome, guten Nacht! Also nochmals? Ist gut? Ist gut. Obwohl sie auf der Kippe standen, zwischen Zerstörung... Ja, das haben sie ebenfalls gehabt und zwar nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Und die haben auch Kriege gehabt untereinander und dann haben sie sich separatisiert. Die einen sind dann hierhin, die anderen dorthin gegangen und so haben sie dann Frieden untereinander hergebracht unter den Völkern, indem sie sich eben weit voneinander distanziert haben. Das eine Volk ist rüber ins Tal-Universum, die anderen sind auf die Lyra Vega Planeten, die anderen sind auf die Plejaren gegangen und so weiter und so fort. Ein Augenblick, aber das ist immer so zu verstehen, das ist nicht in unserem Zeitraumgefüge, sondern um Sekundenbruchteile verschoben in einem anderen Raumzeitgefüge. Waren sie genauso problematisch wie wir? Die waren genauso problematisch, teilweise noch viel schlimmer. Sag mal, was? Wenn man diejenigen zum Beispiel sieht, die vor 390.000 Jahren rund gesehen hier auf der Erde ihr Unwesen getrieben haben, die waren schlimmer als die Menschen, die heute hier leben. 390 Milliarden Jahre? Tausend. Tausend. Und die haben mehr Unheil angerichtet, als der Mensch heute hier auf der Erde Unheil angerichtet hat. In Bezug eben auf das menschliche Leben, auf die Menschlichkeit und die Tierwelt und so weiter und so fort. Was heute natürlich schlimmer ist, das ist die Überbevölkerung und die Zerstörung der gesamten Umwelt und all das. Das ist schlimmer als es damals gewesen ist. Haben sie auch das Problem der Überbevölkerung? Die haben auch das Problem der Überbevölkerung gehabt und die haben das eingedämmt und in Ordnung gebracht dadurch, dass sie planetenweit Geburtenstopps eingeführt haben, die kontrolliert waren von der Obrigkeit. Wie? Es wurde eine Order erlassen, die besagte, dass in jeder Familie nur noch drei Nachkommen gezeugt werden dürfen. Das war das eine. Und das andere war, dass die Menschen nur dann heiraten und sich vereinigen durften, um Nachkommen zu zeugen, wenn sie in jeder Beziehung in Ordnung waren, also integer waren und nicht gesetzesbrüchig wurden und nicht irgendwelche Krankheiten hatten, die vererbbar waren, nicht kriminell waren. Und wenn sie nachweisbar fähig waren, Kinder im richtigen Rahmen zu erziehen, ohne dass irgendwelche Ausartungen in Erscheinung treten konnten. Wir könnten an und für sich eben dasselbe lernen von den alten Pleiadiern, Pleiaren und Luranern und Veganern, um in derselben Art und Weise unsere Probleme zu lösen. Das bedingt aber, dass zuerst einmal die gesamte Menschheit in Bezug auf Überbevölkerung und die gesamten Zusammenhänge richtig aufgeklärt werden und dass diese Menschen diese Dinge wirklich verstehen und akzeptieren und demgemäß auch zu leben beginnen. Das ist eine Voraussetzung, die zuallererst geschaffen werden muss. Ja, das ist eine Tatsache, die nicht von der Hand zu weisen ist. Also muss erst einmal das erarbeitet werden, dass die Menschen zu verstehen lernen und die Dinge zu akzeptieren lernen, wie sie wirklich sein müssen. Damit nur Ehen zustande kommen können, in denen Kinder gezeugt werden, die dann auch in jeder Beziehung lebensfähig sind, denen es an nichts mangelt und die auch in jeder Beziehung richtig erzogen werden können. Und das bedingt natürlich, dass nicht Ehen zustande kommen zwischen zwei Menschen, die irgendwelche genetische Fehler haben, die nicht irgendwelchen Süchten verfallen sind, die nicht kriminell und asozial sind und so weiter und so fort. Schon dadurch wird eben sehr viel eingedämmt, dass Ehen nicht geschlossen werden können und eben, dass einmal eben nicht Ehen zustande kommen können, in denen die Evolution nicht gewährleistet ist von den Eltern selbst, sowie auch von den Kindern. Und dass die Kinder nicht krank sein können und wiederum kranke Nachkommen schaffen können oder kriminelle, asoziale Nachkommen schaffen können und so weiter. In meinem Land gibt es immer mehr und mehr Kriminalität und Korruption. Wie geht man damit schon wieder? Bei den Pleiadien und Pleiaren ist das so gehalten worden, wie bei auch den alten Lyleanern und Veganern und so weiter und so fort, überhaupt über die gesamte Henoch-Linie hinweg, dass kriminelle, asoziale Elemente in der Form ausgeschaubt wurden, dass sie deportiert wurden auf Inseln oder irgendwelche Planeten, wo sie arbeiten mussten und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen mussten, wobei jedoch Männlein und Weiblein getrennt waren oder resultierte aus dem heraus, dass der Mensch eben lernen muss sein Leben lang und wenn er des Lebens beraubt wird durch eine Strafaktion, und durch eine Strafe oder sonst irgendetwas, dann ist dieser Mensch nicht mehr in der Lage sein Leben zu Ende zu leben und während diesem Leben tätig zu sein im Sinne des Lernens, des Evolutionierens. Also ist es notwendig, dass wenn irgendwelche Menschen sind, die Fehler begehen oder kriminelle Taten begehen und so weiter, dass man diese nicht einfach erschießt oder in die Gaskammer schickt oder sonst irgendetwas, sondern dass man ihnen die Möglichkeit gibt, weiterzulernen und wirklich noch in ihrem Leben zu evolutionieren, was eben nur dadurch möglich ist, dass man sie an irgendwelche Orte hinschickt, an Massnahmeerfüllungsorte, wie die Pleiadier Pleiaren sagen, und sie dort eben ihr Leben leben lässt mit allen Möglichkeiten, um lernen zu können und auch arbeiten zu können, um den Lebensunterhalt zu verdienen oder zu erarbeiten oder wie man dem immer sagen will. Und also nicht einfach die Evolution durch ein Todesurteil, durch eine Todesurteilvollstreckung abgeklemmt wird. Das schöpferische Gesetz geht darauf hinaus, dass der Mensch sein Leben lang lernen, respektive eben evolutionieren soll. Und diese Möglichkeit hat er nur dann, auch wenn er schwerste kriminelle Straftaten begeht, dass man ihn an irgendeinen Ort hinbringt, wo er sein Leben führen kann, für sein Leben selbst arbeiten muss und alle Möglichkeiten des Lernens und des Evolutionierens weiterhin hat, damit er auch seine begangenen Fehler erkennen und beheben kann, dadurch, dass er eben weiter evolutioniert. Evolution ist das, was der Mensch in seinem Leben an Lernen, Wissen, Liebe und Weisheit erarbeiten kann. Wobei dies jedoch immer nur eine relative Vollkommenheit ergibt, denn man muss die Vollkommenheit der Evolution in dem Rahmen sehen, dass sie nur bis zu einem bestimmten Punkt geht während eines Lebens und im nächsten Leben wieder eine Stufe höher hinauf und im übernächsten Leben wieder eine Stufe höher hinauf. Die Evolution, die ist eben immer nur relativ, nämlich nach dem besten Können und Vermögen der einzelnen Persönlichkeit. Und weil diese eben relativ ist, gemäß der einzelnen Persönlichkeit, gibt es auch nicht zwei Menschen, die genau gleich weit evolutioniert wären. Warum müssen wir evolvieren? Weil wir das Ziel vor Augen haben, die höchstmögliche Evolution zu erreichen, die uns ermöglicht, mit der Gesamtschöpfung eins zu werden eines Tages, was in Millionen von Jahren oder Milliarden von Jahren der einst sein wird. Die Schöpfung kann man nicht sehen als irgendeinen lieben Gott in Menschengestalt mit einem langen weißen Bart oder sonst irgendwas in diesem Rahmen, sondern die Schöpfung muss man sehen als gesamt umfassende, Universum umfassende Energie, als Universalbewusstsein und als Macht des Lebens oder wie man dem sonst immer begegnen will mit irgendwelchen Erklärungen. Und mit dem wird die Geistform, die im Menschen ist, die ja ein Teilstück dieser Schöpfung darstellt, sowie der Gesamtbewusstseinsblock des Menschen eines Tages eins sein. in ferner, ferner Zukunft. in hen in 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 in